Die AW Senioren- und Krankenpflege Striegestal GmbH hat im Jahr 2012 den Wohnpark zum Altmark in Oederhahn eingeweiht. Unter dem Motto, selbstständig wohnen und nicht allein sein, entstand hier ein altersgerechter barrierefreier Wohnraum. Die 26 Einzelzimmer sind mit Dusche und WC ausgestattet und können auf Wunsch mit eigenen Möbeln eingerichtet werden. Neben dem Wohnraum bietet der Wohnpark Etagenküchen, Bäder, Aufenthaltsräume, Aufzug, TV, Telefonanschluss und im Erdgeschoss eine Tagespflege. Unweit vom Park der Generationen ist im Februar 2015 mit dem Kastanienhof eine weitere Wohngemeinschaft für Senioren entstanden und bietet mit 13 Wohnungen ein familiäres Umfeld. Weitere Informationen zu den Angeboten in den Wohnparks erhalten Sie unter folgender Telefonnummer.